Hallo Leute und herzlich Willkommen zum nächsten Part von Mario Party 9 Im letzten Part haben wir den Lucky 2 besiegt, ein Scherge, ein Scherge, oder? Ja, hat schon, von Bowser und ja, wer hat es natürlich gewonnen? Ich natürlich, der Luigi, wer sonst? Und ja, jetzt geht's weiter Waluigi Time, ja Eins, zwei So, oh nein, die Brücke ist zerstört Auf der anderen Seite dieser Brücke warten Mini-Sterne Darunter hingegen gibt es nur Unglück-Sterne in den Feldern Also gut, wer fühlt und versucht, 16 oder mehr zu erreichen, um den Sprung über die Brücke zu schaffen Zuerst wer fühlt Kamek, danach Yoshi, dann Luigi und zuletzt war Luigi Los Kamek Versagt Los Yoshi Versagt Los Luigi Versagt Als hat er 1 bis 10 Oh, okay, noch geschafft, sehr gut 20 sogar Sehr gut, Luigi Hast du das super gemacht Glückstreffer So viele Mini-Sterne landest du auf einem, erhältst du die entsprechende Anzahl Mini-Sterne Mach 0 So geht er gar nicht Aber es gibt noch einen 0,1 Würfel und der kann eigentlich auch ganz mäßig sein, wenn man jetzt Beispielsweise ein Feld hat vor dir, wo du die Hälfte der Mini-Sterne verlierst Ist das eigentlich ganz nützlich So Yoshi, eine 1 So, und ich bitte auch eine 1 und eine 2 Aber ich will noch auch solche Sternchen bekommen Die sehen nämlich so hübsch aus Ich darf nicht mehr als 3 würfeln Wehe Gut Komm, jetzt machen wir jeder eine 1 Jeder eine 1 bis wir alles geschafft haben hier, ne Geht es fällt einmal durch Ne Okay Der macht es jetzt extra, weil er es zu langweilig findet Genau Genau So Ein 4, 5, 6 Würfel Hat er mal wieder bekommen Und ein Mini-Spiel Jeder gegen jeden Sehr gut So Ach ne, nicht Puzzle Flink Da bin ich jetzt schlecht, weil Der ist, die Sensorbar gerade voll scheiße bei mir steht Und es zu Zu Problemen Ja Äh Probleme liefern könnte, aber naja Setzen jedes der Puzzle Das letzte Puzzleteil ein Wer zuerst alle 5 Puzzles zerstört Oder löst Gewinnt Zerstört, ja genau So, okay Warte, ich muss mir das zuerst anschauen Was kommt da zuerst eigentlich Das da Nein Dann das da Okay So, komm Z Das da Das da Das da Komm, schaffen wir Rekord Nina Rekord schaffen wir nicht Opa Nein Nein Nicht das Sondern Das Kommt Okay Rekord schaffen wir nicht mehr Aber wir sind hoffentlich erst der gleich Ah ne Äh Äh Ja das Nein Aber das Ja okay gut Puh Eigentlich war das sehr schlecht Aber die anderen sind auch schlecht Wie langsam die sind Der könnte ich das glatt nochmal schaffen Super Ich bin wieder der erste Hype Juhu Dann 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 Okay Weiter geht's Weiter geht's Weiter geht's Brum 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 Weiter geht's Brum 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 Weiter geht's Brum 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 Kameges Am Zug Wir knapp davor Einfach stehen bleibt So ein Glück Ein Tothaus Nicht ein Glück Für uns Alter da vorne sind Zeug nur Zehn Ministerne Überall Überall Ja diese Zehn Ministerne Die ganze Zeit da vorne Kann zum Glück Führen Das ist schon Manchmal doof So Fünf Der Yoshi 1 bis 3 Minispiel Ruinen Remi Demi Ähm Der Sudospieler Jagt die Anderen Spieler Und die Knochen Äh Und die Knochen Trocken Um zu gewinnen Muss er Alle Erwischen Okay Wir müssen uns Eigentlich nur Bewegen Wieso Kann ich mich Nicht springen So Geh weg Geh da weg Fuck Leute ihr müsst es schaffen Los 14 13 Ah Scheiße Nein 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 Waluigi 5 4 3 2 3 2 1 Okay gut Ich bin eigentlich sehr schnell rausgeflogen Das war eigentlich nicht der plan Aber Es ist eigentlich unfair dass er dann schneller ist als wir Wenn wir nicht gerade laufen und dann eher auch Es ist eigentlich unfair aber wir haben trotzdem gewonnen Gut So Jetzt kann ich gleich einen Spielführerfeld ausgleichen Da Ui Sie 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 sich diese Eine diese Kanone an Diese Kanone bringt Dich dort bestimmt auf die Insel dorthin Achso Spielführerereignis Spielführer Luigi Hier gibt es Mini Sterne Soll ich hier die Regeln erklären Nein Das ist eigentlich ganz einfach Ich darf jetzt halt wählen wie er als erstes ist und dann als zweites Und ja Ja Da 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 Kamig macht wo das nächstes Ba Da Ba Da Ba Da 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 Ich werde es bereuen Ich weiß aber es mir jetzt sowas von wurscht Oh fuck war ich schlecht Naja who cares Was soll ich machen Achso Schon vorbei ich dachte man kann wieder von vorne wählen Ich habe keine Sterne bekommen Ja super Na gut daneben nicht Das ist mir jetzt auch sowas von wurscht Da gibt es sowieso genug Mini Sterne da vorne Überall 10 10 Paar So kam er Quo 4 Stunden Mit dem langsamen Würfel der Würfel Alter ist der fies Der macht es jetzt sehr gut Fast geschafft Das abenteuer Das abenteuer ist fast vorbei Dann sehen wir uns doch mal Das zwischen der eigenen son Oder ergebnis Sorry Ich gebe dir einen langsamen Würfel da Du auf den letzten platz bist Luigi War Luigi Ha 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 Spiel für der Kamek Ich habe auch Geschenke Na was ist Möchtest du richtig viele Geschenke von mir? Bitte sehr Na nur für dich Natürlich klingt auf ja Aber das wäre auch schön wenn es nur für ihn wäre Na Hm Das wäre auch schön wenn es nur für ihn wäre Ha Ist der dumm Okay Vergisst dass ich gesagt habe ist dumm Ha Ok Ne Ist nicht so dumm Ich weiß nicht ob er das jetzt wegen dem hinaus gesehen hat aber Sieht so aus Da hat sie so aus Das sieht so aus dass er das wollte Ach komm Yoshi Bitte nicht viel 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 Danke du bist mein Schatzi Wenn ich jetzt aber eine 1 würfel ne Was glaube ich geschehen wird Und ein Minispiel Du 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 Welches denn Palma Pool Ach das ist einfach so ein scheiß Bewegungssteuerung Teil Naja Wurscht Schnapp dir die Ringe die der Palma ins Becken wirft Rosa Ringe sind 3 Punkte Der goldene Ring ist 5 Punkte wert Bewegungssteuerung FTW Komm ich will die goldene Schnapp dir einfach einen Yay for me Yay for me Boah seid ihr dumm oder wisst ihr nicht wo die Ringe sind Hahahaha Alter das ist ja gar nicht anstrengend mit denen So macht es ja überhaupt keinen Spaß Hallo Yoshi Hinter dir Hallo hinter euch Alter seid ihr dumm Ach fuck Die wollen mich austricksen ne Die wollen mich austricksen ne Die sind spaß Die sind spaß Die sind spaß Yeah for me Wie bewegt sich die denn bitte Nimm dir diesen Ring Danke Luigi Yeah for me Ja komm Ja komm Die gottes die doch noch mehr himmel noch 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 nehmen noch 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 nehmen So Los geht's So und jetzt bekomme ich 10 Aber bitte nicht auf dem Bowser fällt Bitte 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 Ich will keine Ich will keinen Bowser Ich will einfach nur ins Ziel Und das war klar Oder Das ist kein Bowser fällt oder Nein oder Uhhh Wechsel Komm nochmal ich das wäre nice Tatsächlich Aber jetzt komm ich auf dem Bowser fällt ne Ich glaube ich überhaupt keine Würfel Das ist so unfair Komm Ist mir auch wurscht jetzt was ich würfel Scheiße Bitte nichts Schlimmes Bitte nichts Schlimmes Bitte nichts Schlimmes Bowser Hab mitleid mit mir Bitte Please Jetzt schlägt's 13 für Zeit für Bowser Lospiel für Luigi Die trifft die Wada Ich trifft Bowsers Willkür Vielleicht hast du ja Glück Nein Nein Nicht die Hälfte der Mini Sterne Bitte Ich flehe dich an Verkehrte Welt Da bin ich gut Hm Kommt jetzt drauf an Welche Spiele aber da bin ich gut Ähm Verkehrte Welt ist halt so dass man Ähm Jetzt beispielsweise statt gewinnen Verlieren muss Also halt umgekehrt ne Logisch Das ist ja auch letzter Platz Bekommt das Ok da müssen wir uns schnell treffen lassen Wird zwar schwer sein Weil man ja nicht Ach jetzt habe ich es nicht gelesen Aber Da steht halt jetzt lass dich schnell So schnellstmöglich treffen Wie Es nur geht von den Google Willis Yes Das war gut Alter das war gut Jetzt habe ich trotzdem stehen Zehn Stehen Zehn Sterne bekommen Ha 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 Das brägt Leben in die Bude Bis dann Ihr traurigen Gestalten Tschüss Bowser Hoffentlich auf nie wiedersehen Oder so Oh Oh Kami bekommt sie noch Aber Da er sowieso auf dem letzten Platz ist Wird das ihm nicht mehr so viel bringen Und Ja Los geht es Zum Boss Von dieser Welt Also zum Endboss Hey Boss Ich habe gedacht wir sehen uns nicht mehr Aber naja wurscht Seid ihr auch so Seid ihr auch schon da Ich werde niemals zulassen Dass ihr mir meine kostbaren Mini Sterne klaut Mein wütende Mein wütender Mein wütender Schergewickler Wird euch alle besiegen Was ist mit meiner Stimme los Ich habe heute voll die scheiß Stimme Oh He he Greife Wickler mit Stampfattacken an Um ihm Schaden zuzufügen Lila Abschnitte seines Körpers sind einen Punkt Der rote Abschnitt ist drei Punkte wert Okay Also Bewegen Zwei Springen Zwei Stampfattacke Das bekommen wir wohl hin Ach schaut mal wie süß der aussieht Oh Und seine Blume am Kopf Ist das nicht wunderhübsch? Wo ist der rote Punkt? Da ist der rote Punkt Komm der rote Punkt Oh oh Jetzt ist er böse Aua Ja Das habe ich ja richtig gut gemacht Kommt der raus Hier Aua Hallo Jetzt hör mal auf da zu spawnen Wenn ich herunterfalle Okay Wäre nett Aber man springte voll weiter Also wenn ihr es noch nicht bemerkt habt Das war der Siegtreffer Alter Tschüss Wickler Du süßes Sau Schwier 23 Punkte Genauso wie bei Lakitu Sehr schön Sehr schön Sehr schön Also das heißt dass ich diese Partie zu 100% gewonnen habe Also wenn ich da jetzt nicht gewonnen habe dann weiß ich auch nicht Na So Ein spitzenspiel sehen wir uns das Ergebnis an Dem Spieler der die meisten Ministerne gesammelt hat Kann der Superstar werden Jetzt ist die letzte Gelegenheit Ministerne zu sammeln Zeit die Bonus Sterne zu verteilen Die ersten Bonus Sterne bekommt der Ministar Das ist derjenige der Spieler der die meisten Unglücksterne gesammelt hat Der Ministar ist Luigi Echt sich was Okay Die nächsten Bonus Sterne kommt bekommt der Schleichstar Das ist derjenige der der insgesamt am niedrigsten gewürfelt hat Der Schleichstar ist Waluigi Glückwunsch Ob man dazu Glückwunsch sagen soll Na ja Die letzte Bonus Sterne bekommt der Minispielstar Das ist derjenige der das Minispiel gewonnen hat Der Ministar ist Der Ministar ist Ja Luigi Oder Luigi Glückwunsch Yes Alter Jetzt zeige ich es euch wirklich Ich verkünde nun das Endergebnis Der Superstar ist Hm Der ist wohl der Superstar So Nee Nein Nee Heeeeee Yea Luigi Mit 84 Zum encontraren herzlichen Glückwunsch Oh yeah Du bist ja Superstar Und da bin ich halt schon mal der erste Superstar Sehr gut gelaufen ist es hier Wow Ja gut, dann Dank Luigi, den Superstar konnten unsere Mini-Steine gerettet werden Glückwunsch Luigi, du bist jetzt zum ersten Mal der Superstar Auch in der nächsten Welt gibt es jene Menge Mini-Steine, die gerettet werden wollen Ja, aber das nächste Brett machen wir dann im nächsten Part Wir können sich nochmal die Stats ansehen Und ja Hier sehen wir es Okay So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Von Mario Party 9 Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Wenn ihr da lasst ein Kommi oder was auch immer da Und like natürlich Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Mario Party 9 Bis dann und ciao, Leute